Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2, Kapitel 22, noch immer das Kloster. Es hat jetzt noch kein neues begonnen. Letztes Mal haben wir uns ja hier durchgekämpft und mit Scharfschützen angelegt. Mal schauen, vielleicht doch. Herz-Klabaster. Lauf weiter. Ja, genau. Genau. Das war ja... Genau. Guten Tag. Komm, springe, Nate. Spring hoch. Ne, wir müssen hier ein bisschen nach rechts. Hier geht es ein bisschen höher. Und jetzt hier hoch. Genau. Boah. Ehm. Okay. Ist klar, ne? Ja, ey. Hallo? Haben sie sich hier wieder was einfallen lassen? Ich sag's euch, ne? Nee, komm. Rüber. Rüber mit dir. Wow. Ganz großes Kino wieder. Gut. Wir müssen die Türen öffnen. Okay. Na los, hilf mir mal. Wow. Oh. Nun gut. Dann mal hier oben schauen. Hier sind wieder etliche, etliche, etliche finzere Gestalten, würde ich vermuten. Da ist Lazariewicz. Aufpassen! Augen auf! Jetzt. Wo ist Schäfer? Ich weiß nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Hm. Ich sehe! Oh, oh. So, den haben wir. Das wäre allerdings, hier gibt es noch etliche andere. Da kommt jemand. Sehr schön, Kreuzfeuer. Da kommt jemand. Ey. Ich würde mal... Ich versuche mir hier mal... Ach, kann ich gar nicht. Und... Kaboom! So, Freunde. Oh, 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 oh. Wo ist er? Wo ist er? Da. Den haben wir. Oh, shit, shit, shit. Nein! Oh, shit. Oh. Gott, oh, Gott. Richtig mies wieder hier. Cooler Essprung. Den haben wir. Den haben wir. Den auch. Komm schon. Da ist schon wieder. Hier der... Okay. Das ist soweit. Von hinten kommt hier schon einer, ne? Da. Nochmal aufpassen. Puh, ist das wieder was hier. Siehst du das? Ne, ne? Oh, oh. Ey. Wo schießen die... Wo schießt denn da einer auf mich? Ah, hier, die Kollegen. Nein! Nein! Boah. Krass, oder, Leute? Krass. Den haben wir. Ich hab nur noch 51 Schuss hier. Langsam reicht's. Das ist Elena. Okay, die hält uns so ein bisschen rückenfrei. Aber ich müsste ja mal hier rüber, ne? Ah, da ist schon wieder irgendwo einer. Von wo hat denn der jetzt geschossen, bitte? Oh, hier! So. Hauptsache zehnmal vorbeigeschossen, ne? Einmal drumrum. Okay, gut. Einer weniger. Oh, 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 oh. Nein! Hallo? Wo ist... Wo sitzt der? Da! Gut. Hier war irgendwo Munition. Da ist Munition. Und da... Da! So! Puh, jetzt noch einer. Hier, der Kollege. Gut. Bisschen durchatmen. Wo müssen wir jetzt hin? Hier, irgendwo. Die schießt doch noch auf. Irgendwas schießt die doch noch. Oh, hier. Okay. Ich nehme mal das Scharfschützengewehr mit. Irgendwie ist mir gerade danach. Ähm... Die hat doch gesagt, hier lang, ne? Wie, ich muss mal gerade... So. Wo war das denn? Wo war das? Was sagte die Dame jetzt, wo es lang geht? Da! Okay. Okay, ich schaff's. Okay. Los! Oh! Und durch! Jawohl! Okay, Katakomben. Nicht sehr einladend. Wie bei der Feuerleiter. Okay. Tritt's mir runter, wenn du oben bist. Oh. Oh, nein. Ich meinte nicht wörtlich. Warte, warte. Zurück, zurück, zurück. Extra! Lieferung. Ja, gut. Wenn's... Wenn's... Weniger nicht... Ach, Quatsch. Quatsch. Wenn's weiter nichts ist... So, jetzt hier. Okay. Geht doch. Tatsam-mäßig. Au! Ha! Hältst du durch? Ja, süß! Okay. Na, geht doch. Cool, wieder. Oh. Dann hier hoch. Wir kommen näher. Okay. Hey, hey, hey. Shh, shh. Halt den die Augen, okay? Halt den Kopf unten. Okay. Den ziehen wir hier raus. Wenn der... Wenn der zu nahe kommt, dann... Weg ist er, der Kollege. Okay. Na gut. Oh! Na gut. Äh, ordentlich hier. Den haben wir. Den machen wir jetzt auch noch hier platt. Bäh-bäh-bäh-bäh-bäh. Und jetzt kommt hier schon wieder ein Scharfschütze. Aber... Gewieft wie ich bin... ...habe ich ja das Scharfschützengewehr mitgenommen. Um die ganzen nervigen Spaten da... Wo ist er? Also... Wer steht mir denn da an den Füßen? Hier war doch einer. Genau, da. So. Bam! Und tschüss. Ähm, okay. Da müssen wir hier wahrscheinlich hoch... Würde ich drauf tippen. Oh. Äh, ne. Die behalte ich. Äh, müssen wir hier rüber? Wahrscheinlich. Oder? Ist noch immer irgendwo rüber. Ne. Diesmal nicht. Äh. Können wir doch hier rausgehen? Komm schon, mir nach. Hm. Das ist ja falsch gewesen. Hier jetzt. Ah, cool auch mit dem Schnee, ne. Schaut mal, wie Spuren hinterlassen werden. Wie die Hose so weiß wird. Da oben. Da halten Sie bestimmt Schäfer fest. Ach, Mist. Runter. Oh, oh. Gut. Das ist gut. Ey. Ich hab mich doch geduckt. Oh. Haben wir. Wo ist denn hier der Kollege mit dem Raketenwerfer? Das hörst du auch direkt. Oh. Jo. Also Scharfschützengewehr, das ist schon, äh, was cooles. Muss hier nur ein bisschen Munition sammeln gehen. Oh. Oh. Ey. Feuer. Zack. Was hier? Panzerfaust. Ist natürlich auch nicht, nicht das Schlechteste, aber von wo kommen sie denn jetzt hier schon wieder? Oh. Wir werden sehen. Ey. In Ordnung. Ich habe aber nur noch fünf Schuss. Das ist nicht so cool. Ich wechsle meine Nummer auf Pistole. Oh. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Okay. Den haben wir. Und den kriegen wir jetzt auch. Ja. Und dann hier die. Hier war doch der Kollege irgendwo. Da haben wir ihn. Ja, die verstecken sich hier in dem Geländer, ne? Haben überhaupt keinen Schutz. Okay. Was ist hier der Kollege? Da kommt. Okay. Den. Da müssen wir hier drüben den noch. Jetzt fall doch um. So. Okay. Das Problem ist jetzt zu wenig Munition. Für die gute Dings. Da nochmal für die Handfeuerwaffe. Hier nochmal eine schöne Granate. Und in der Theorie könnten wir jetzt... Oh. Okay. Okay. Jetzt. Sind wir auf jeden Fall vorbereitet auf viel Action. Ich wechsle aber mal nicht... Nicht, wenn ich hier so, ne? Im Affekt... ...mit der Panzerfaust mich selber beschieße. Aber wo müssen wir hier lang? Wahrscheinlich hoch, wa? Das schauen wir doch mal. So. Jetzt hier. Ach. Äh. Oh nein. Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was Sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition. Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig. Ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht, nicht, nicht bewegen. Dieses... Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Ja. 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 Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. Okay, Leute. An dieser Stelle endet diese Folge. Es war wieder spannend. Es war actionreich. Hat mir wieder total Spaß gemacht. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder zu einem weiteren Let's Play Uncharted 2. Und in diesem Sinne sage ich einen schönen Tag euch noch. Oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Und bis bald. Und bis bald.